Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich bin die Glendefahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop hier daheim in Nenneln eingerichtet. Und in diesen Videos zeige ich euch immer wieder meine neuen, wunderschönen Einzelstockchen. Einzelstockchen von der Größe 34 bis 54. Die meisten sind in drei verschiedenen Einheitsgrössen eingeteilt, aber es sind auch ein paar Sachen, die wirklich sehr, ja, ein, zwei Grössen sind, die zum Tragen sind. Ja, ich habe einen kleinen Shop hier zu nennen, wie ihr seht. Den haben wir am Dienstagabend vom halben 6 bis 7 Uhr offen und am Freitagmorgen vom 8 bis halben 12 Uhr. Oder natürlich auf Vormeldung auf 078 759 58 46. Und geniert einmal anrufen, ein SMS oder ein WhatsApp, wenn euch die Termine nicht gehen täten. Ich bin momentan recht flexibel, was die Öffentlichkeit angeht. Ich habe noch ein wenig mehr Spielraum im Moment und ja, melden euch bei mir. Ich würde euch auch sehr gerne die Sachen reservieren, wenn ihr sogar seht, auch das T-Shirt, das möchte. Tut mir das bitte auf die Seite, dann machen wir entweder einen Print Scream oder ja, ein Fotos. Schicken wir das. Tut mir das bitte auf die Seite, kommst du die nächsten paar Tage probieren. Ganz einfach. Ich mache das sehr gerne für euch. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Nein, zuerst meine Webseite. Glindes-Mode.li Schon alles. Jawohl, auf dieser Webseite hat es auch immer die aktuellen Neuigkeiten. Wenn ich gerade auf welchen Merkst bin. Ich bin auch noch weiterhin auf der Suche nach einem passenden Ladengeschäft. Ja, es sollte einfach ebenärtig sein. Vielleicht kannst du auch Fenster 2, wäre toll. So zwischen 40 und 80 Quadratmeter. Und die Miete sollte dreistellig sein. Inklusive Nebenkosten. Ja, weil ich möchte ja die Preise behalten können. Und ja, nur gleich einen grossen, teuren Laden. Und dann habe ich die Preise verdoppeln müssen. Und das habe ich keine Lust. Und ihr nehme ich auch nicht. Darum bin ich auf der Suche nach etwas, was das Verhältnis stimmt. Aber bei guter Hoffnung, findet das schon etwas passendes. Also, fangen wir mal an. Mit dieser fröhlichshaften Kombi, ja. Es ist jetzt halt diese Woche nicht gerne so warm gewesen. Aber ja, es ist Ende Februar. Das Blut schon gehört. Wenn ich dann in den Garten rausgehe. Ja, es schiesst. Blämlich Korn. Und das heisst fröhlich und das heisst wärmer. Und dementsprechend will ich euch ja auch die Sachen schon zeigen. Und ja, dass ihr es dann in 2-3 Wochen auch wirklich daheim haben könnt. Und mit einem Stolz und Freude dürfen tragen. Da habe ich jetzt einen Lochmantel. Der ist gekökelt, gestrickt. Er ist gestrickt. Wenn ich es in der richtigen Anlage. Wunderschön gemacht. Mit drei Viertelärmchen. Er geht doch, obwohl er so viele Löcher hat. Ja, er geht doch angenommen. Es ist nicht ein dicker Strickmantel. Aber es ist sehr angenehm zu tragen. Das prächtige Teil kann man in der Kleidergröße 36 bis, was habe ich da drauf? 42. Gut tragen. Und kostet 45 Franken. Dann habe ich hier unten das lässige T-Shirt mit Love. Ich finde das so schnüssig. Und dann gibt es da überall so ein paar Glitzersteile drin. Ja, so sieht man das wunderbar. Es ist schwarz. Es ist ein sehr angenehmes Material, muss ich sagen. Kleidergröße 36 bis 42. Nein? Ja, knapp 42. Eher 40. Ich tausen auch. Größe 40. Also 36 bis etwa 40. Da haben wir noch den frech tote Kopf. Ich finde ihn noch ganz lässig. Es ist so schön farbig. Ja, halt einmal etwas anderes. Auch Kleidergröße 36 bis 40. Kostet jeweils 39 Franken. Und die coolen Westernboots, die haben im Moment nur noch im 38. Ich muss schauen, was sie noch für Grössen rüberkommt. Segen Sie mir, falls ihr eine spezielle Farbe, eine spezielle Größe haben möchtet, melden euch einfach bei mir. Und sonst, apropos melden. Wir haben eine sehr interessante Kunden-App. Und ja, darauf seien ihr auch meistens fast alle Schuhe. Die Accessoires sind meistens drauf. Und natürlich auch einiges an Kleidern. Und die können ihr dann direkt bei Dressplaner bestellen. Die werden dann zu mir hergeliefert. Und ich informiere euch, sobald die Sachen für euch eingetroffen sind. Die Stiefel sind 59 Franken. Einfach bei mir melden wegen der App. Oder ja, wie auch immer. Wenn irgendetwas unklar ist, einfach melden. Ich biete auch an, dass ihr eine Modeparty machen könnt. Ja, ab und so gibt es ihn durcheinander. Auch für uns, sehr gerne melden wie immer. Dann könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Hier haben wir die wunderschöne Puppe. Mit der lässigen Bluse. Diese Bluse haben ich schon in verschiedensten Varianten gehabt. Auch schon mit Hoodie. Auch mit Inkaki. Also ja, sie ist ja, ich finde das so eine tolle Bluse auf dem Material her. Sie dreht sich gut. Man kann sie auch super gut offen tragen. Mit meinem Top darunter zum Beispiel. Finde ich ganz, ganz cool. Diese Kombination kann man in der Kleidergrösse 42 bis etwa 44 tragen. Und darunter könnte sie eine blaue Schlupfhose haben. Mit Gummizug und Kordeln. Und die Hose hat da so einen ganz interessanten Schimmel drauf. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben muss. Das ist eine ganz coole Hose. Und pass nicht dazu, hör. Ich finde das so süß. Ja. Und hier geht es in verschiedensten Farben an. Ich habe jetzt einfach mal blaue bestellt, weil ich habe nicht so viel Platz, um alle auszustellen. Und dann ist es schade, wenn ich viele Sachen da habe, die ich nicht zeigen kann. Das tolle Teil, wie gesagt, im 38 für 45 Franken. Das ist wie so die Sockenboots, die wir hier haben. Da ist alles recht elastisch. Es hat schon einen gewissen Halt. Aber es gibt ein bisschen nach. Und es macht es natürlich dadurch viel bequemer. Dann nehmen wir zu unserer kleinen Puppe. Ja, auch sie ist schon recht im Frühling angekommen. Mit dem Neonfarbigen T-Shirt. Mit dem Haufen Blömbli drauf. Da gibt es heute glaube ich eine ganze Serie. Weil ich einen ganzen Haufen von dem T-Shirt bestellt. In verschiedensten Farben. Es sind immer Einzelstock. Einfach, ja, die Farbe ist anders. Hier habe ich jetzt hier den tollen Schipp dazu. Das ist Tulle. So, vergiss es. Also da haben wir einen Tulle drüber. Und drunter dann einen Unterrag. Soll ja auch nicht genau ganz vorsichtig sein. Diese tolle Kombination kann man in der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 tragen. Das T-Shirt könnte auch bis zum 44 kommen. Wenn wir probieren. Und kostet jeweils 39 Franken. Und so herrscht. Ja, so grün und grün. Und zu dieser Jahreszeit kann man noch gut mal ein Stifalettchen dazu anlegen. Wenn man dann nicht unbedingt den offenen Schoen will tragen. Das coole Teil habe ich aber nur noch eben. 38 Franken. Und kostet 55 Franken. Und weiter geht es im Übergang. Ja, wie ihr seht, letzte Woche hatten wir ja noch schön warm. Diese Woche war es nicht gerne so warm. Mal schauen, wie die nicht gespuchen wird. Lassen wir uns überraschen. Darum auch mal zwischendrin so ein flauschiges Schilie. Oder auch ein Westen, wie man heute sagt. Sie ist nicht gerne so lange, wie wir sie jetzt hier hinter der Tür hatten. Aber ja. Man ist gut eingepackt. Vor allem für diejenigen, die gerne den Rücken zu haben. So bin ich zum Beispiel. Jawohl. Das wunderschöne Teil. Sieht da so. Ja, ich finde es sieht da ganz cool aus. Wie wir es in den 80er Jahren hatten. Mit den Schultern. Ja, ist ganz... Also mir gefällt es brutal gut. Das schöne Teil kann man in der Größe 36 bis 42 tragen. Und kostet 45 Franken. Darunter kann ich das fein flauschige Schörtchen an. Ich weiss jetzt nicht genau, was da draufsteht. Wie Spiegelverkehr kann ich es nicht lesen. Und Englisch kann ich sowieso nicht. Ja, das kann man sicher bis zum 44 tragen. Oder halt einfach, ja. Ich halbe Nacht 30 bis 40 oben durch. Und ja. Es feilt schön. Man kann es gut tragen und so. Ich finde das unherzig. Und eben so fein flauschig. Wo haben wir da die Etiketten? Finde ich sicher gerade. Ja, muss ich dann nachher schauen, wo sie genau dran ist. Dass ich es euch sagen kann. Und die Gäle Sempfig Hose. Auch die kann man in der Größe 36 bis 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Dann gehen wir zu unserer grossen Puppe. Sie hat diesmal eine Kombination an. In der Kleidergröße. So 44 bis etwa 50. Das flauschig-weiß-weiche Shirt, das ich da auch habe. Ich komme da gleich mal gleich näher. Das war auch der schöne Schmetterling. Das habe ich gesehen. Und da der tolle Schriftzug. Da ist, wie gesagt, beides eben 50. Und da das so flauschig ist, steht mir mal drauf, dass es ziemlich viel Viskose hat. Jawohl. 100% Viskose-Anteil. Ein Traum. Jawohl. 44 bis 50. 39 Franken. Wie auch die Hosen. Es ist schon richtig eine leichte Sommerhose. Gell? Sie hat auch wieder Gummizug und eine Korgel. Und auch die ist 39 Franken. Und passend dazu, die schwarze Stifalette. Ja, Halbschuhe habe ich halt noch nicht so viel. Es sind ein paar Snickers, so fangen sie da. Aber es kommt nach und nach. Die habe ich im 38 und kostet 55 Franken. Die haben da den praktischen Rissverschluss. Und das ist eigentlich Mezierte, würde ich sagen. Das Modell habe ich noch in Leo. Das wäre dann so. Und der habe ich im 37. der Whisky. Und dann gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Auch sie ist schon recht im Sommer drin mit dem hübschen T-Shirt. Was ich hier anhebe. Ups. So. Ich hebe das. Zischen wir das gleich aus der Fassung raus. So. Jetzt da. Ja, so schnell geht das. Das wunderschöne T-Shirt, das sie da anhebe. Das ist 36, 38 ungefähr von der Größe. Und die prächtige Jeanshose. Das ist wirklich eine kleine. Das ist also 34, 36. Heißt der Puppe. Also sie ist. Ja. Ja. Mir wäre 36. Passt auch nicht. Also mal etwas für eure Mädels. Ja. So ein Teenager. Passt auch sicher sehr gut rein. Oder natürlich haben wir viele Frauen, die wunderschön schlank sind. Ja. Gewollt oder ungewollt. Ist ein Thema für sich. Die wunderschöne Kombination. Jeweiss 39 Franken. Und dazu her. Die weissen Tonschöle. Mit dem schönen Silberstreifen da rundherum. Die sind eben 38 und kosten 39 Franken. Wir gehen jetzt in grossen Schritte. Richtig warm. Ja. Ich wollte es gut sagen, Sommer. Aber ja. Halt doch in die leichteren Sachen und ja, darum habe ich auch schon Schlarben hier. Ganz viele, also ganz viele, es sind schon ein paar schöne Schlarben hier, die ich letztendlich habe bestellen dürfen. Und ja, wie gesagt, die sind natürlich auch in der Kunden-App drin. Und wer von euch die Kunden-App gerne möchte, bitte immer melden. Ja, wer denn kann wirklich dieses Modell über und in dieser Größe, wenn ich es dann halt gerne hätte. Ja, jetzt bin ich schnell gewesen mit der Puppe. Ich habe hier ein wunderschönes T-Shirt mit einer noch cooleren Hose. Die ist echt cool. Ja, ist ganz, ganz lässig. Die Tosa ist so Kleidergröße 36 bis 40, eventuell 42 müssen wir schauen. Und das tolle T-Shirt, das geht sicher bis zum 44. Beides kostet jeweils 39 Franken. Und dann der schamperlässige Schlarben, den ich da auch habe. Die haben da die Kunststoffkette, da drüber, die habe ich in 40 und kosten auch 39 Franken. Sie sind da ganz schön weich und das ist jetzt schon, der passt jetzt eigentlich fast überall. Ja. Und kommst du an 39 Franken. Dann wir zu dieser tolle, große Puppe. Die Kombination ist in der Kleidergröße 44 bis etwa 48 zum Träger. Und jetzt zeige ich euch gerade mal zuerst das wunderschöne Pisteiger mit Gold. Sieht aus wie so ein Gold-Spray drauf. Ich finde das unlässig gemacht. Es gibt immer so eine interessante Schimmer drin. Das wunderschöne Teil, wie ihr seht, Größe 44 bis 48 zum Träger. Wie auch die Frechhose mit den vielen Totenköpfen drauf und den Blättern. Ja, das sind die ganze gelungene Kombination. Kostet jeweils 39 Franken. Und wie auch die coolen Turn-Jaw. Ja, heute zeigt mir Sneakers. Ob es jetzt hier in der Schule oder Sneakers sind, sie sind im 40 und auch die sind 39 Franken. Und dann gehen wir noch zu einer kleinen Puppe. Auch die ist wieder ganz, ganz lässig zusammengestellt. Ja, sie glitzern auch noch. Vor allem wenn wir dann das tolle Blüsli weg haben. Das wunderschöne Blüsli kann man in der Kleidergrösse 36 bis etwa 40 tragen. Das ist ziemlich stark perforiert. Aber ziemlich durchsichtig. Ja, da sieht man richtig schön durch. Also da ist schon empfehlenswert, wenn man ein Top oder ein T-Shirt drunter anhält. Und so sieht das T-Shirt aus, wenn sie nichts drüber geht. Jetzt kann ich euch die Bluse auch so noch zeigen. Ja, da werden wir gesehen, sie ist schon sehr vorsichtig. Ja, also da empfiehlt es sich wirklich, um etwas darunter zu legen. Gut, ist jedem selber zu überlassen. Auf jeden Fall, das wunderschöne Blüsli ist in der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 zum tragen. Und kostet 39 Franken. Und der tolle Magic Bär, den sie da drauf hat. Jawohl, jetzt sieht man es. Echt cool. Die glitzert wirklich noch. Das spiegelt alle Farben. Der Bär ist so leicht im Brautton, wie halt ein Bär ist. Und darum habe ich gedacht, da haben wir doch gerade den Bruna Animal Print. Ja, also das ist wirklich wie ein Fell, wie ein Kunstfell, das da drauf ist. Ja, zum Teil sieht man es. Ist ganz ein interessanter Schuh. Den habe ich 38. Und der ist 39 Franken. Ja, was sagen wir da dazu? Der Strickmantel, das ist so ein Viehstrick. Der ist wirklich auch so etwas von Vieh. Also weich und flauschig. Wo haben wir denn da die Etikette? Da, da. Aha. 50% Viskose und 50% Lana. Ja, kein Wunder ist der so fein lauschig. Also ich kann das sehr gut mit meiner Größe tragen. Ja, die Thermen sind halt, ja. Doch dass er jetzt für mich eigentlich zu gross ist. Also was ich gemessen habe, kann man die Thermen umso weiter rein. Aber ja, man kann sicher bis zum 44, 46 Franken tragen. Aber wenn man sieht, kann man auch mit dem 38, 40. Ganz gut tragen. Und das prächtige Teil kostet gerade einmal 45 Franken. Wichtig schönes, kräftiges Hellgrün. Ja, für 45 Franken. Und jetzt geht es mit den Blöbeln. Ganz genau. Ich denke, ich zeige euch jetzt gleich einmal so alle Blöbeln, die ich da habe. Oder fast alle. Oder einen ganzen Haufen. Ja, das kann ich immer wieder neue. Und ja, die Thermoserie habe ich heute gleich einmal zugeschlagen. Und es geht da, 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 da. Ja. So ist das halt ab und zu. Mal hat man mehr, mal hat man weniger. Man verwirrt schon nicht immer alles. Und ja. Dann haben wir uns überraschen, wie der schöne Blöbel bei euch alle nahe kommt. Die kann man da offen machen und runterziehen. Ja, oder so hat man so kleine geschwungen. Ja, ganz cool. Das wunderschöne T-Shirt kann man in der Kleidergrösse 36 bis etwa 42, vielleicht sogar 44 tragen. Und die cool Hose dazu herab, die geht etwa so bis zum 40, 42. Ja, 40. Und kostet beide sehr bis 39 Franken. Und die coolen Snickers, die ich da auch habe, die habe ich in 40. Und die kostet 45 Franken. So, gehen wir noch zu unserer grossen Puppe. Sie hat ja eine Kleidergrösse 44 bis 46. Und hat jetzt da ganz eine coole Kombination an. Die prächtige Westen. Ich finde die so cool, denn die hat ja auf der Seite der Bändel. Und mit dem Bändel kann man so richtig schön, ohne lange sich verrenken, hier einfach offen machen. Ich finde das so praktisch. Ich finde das so schade, mein Mantel hat das nicht. Aber ja, man kann nicht alles haben. Ja, die wunderschöne Weste ist in der Größe 46 bis 48 zum Tragen und kostet 99 Franken. Ja, ich habe nochmal viele von diesen prächtigen Wintersachen. Ja, ist ja auch gleich, weil der Frühling kommt langsam. Und ich brauche Platz für Neues. Also wenn ihr etwas, so Wintersachen brauchen, melden euch bei immer. Ob der Preis kommt, kann man immer reden. Es ist ganz, ganz klar. Ja, ausgeschrieben habe ich über die Größe 90 und dann schauen wir weiter. Dann hättet ihr hier den ganzen weichen, weichen Pulli. Das Schörtchen ist in der Kleidergröße 40 bis 44 zum Tragen. Wie auch der cool grüne Hose. Auch der ist 40 bis 44 und kostet jeweils 39 Franken. Und dazu haben wir hier den coolen Stiefelchen. Den kann man hier noch ein bisschen binden. Und das ist alles leicht elastisch, also dass sie so richtig schön bequem sind. Die habe ich nur noch im 40 und auch die sind 55 Franken. Und dann gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Und sie hat noch eine ganz tolle Weste an. Die ist jetzt aber, ja, im Hellwäsch. Ja, das ist ja mal klar, wie man dem sagt. Jetzt haben wir sie recht. Die ist in der Kleidergröße 40 bis 42. Hat auch ein Hoodie. Hat auch eine Innentasche. Hat die grüne auch. Und auch der praktische Pendel-Hetze. So. Wo gehen wir am besten runter? Ja, da kommt sie schon von sehr raus. Ja, die wunderschöne Weste. Auch die ist 99 Franken. Ich finde das ganze prächtige Farbe. Die passt auch fast überall dazu. Also das ist, ja, wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ja, im 4042 für 99 Franken. Und drunter hat sie das ganz weiche Shirt an. Auch das ist die Kleidergröße 36 bis etwa 42 zum Tragen. Wie auch die Viehkort Hose, die sie da anhat. Die ist anderer Zeit. Ja, man sieht sie fast nicht. Ja, ist immer schwierig. Und sie hat einen Gürtel ganz breit. Die ist auch eine Schlupfhose. Und kostet auch 39 Franken. Und dazu haben wir diese coolen Stiefelette. Die habe ich jetzt im Schwarzen 38. Ah, 38 und 40. Und kostet 55 Franken. In Weiss, also Winter, wohl Weiss, habe ich sie auch noch. In 39 und in 41. Auch für 39 Franken. Ja, und die nächste Blömele T-Shirt. Jawohl. Ja, ich habe, wie gesagt, ein paar verschiedene gekauft. Und ja, in der nächsten Serie wird es dann wieder etwas anderes geben. Aber ich denke, so sehen wir gleich einmal, was sie von dieser Serie gepostet haben. Also ein grosses Teil davon. Die prächtigen T-Shirts sind, wie gesagt, die Kleidergröße 36 bis 42, sogar 44 je nachdem. Ja. Und kostet 39 Franken. Da habe ich eine Karussal-Jeans an. Die ist so 38,40. Ist mal schön gerade geschnitten. Also schön, ja. Es ist selten, dass wir Hosen haben, die wirklich gerade runtergehen. Weil heutzutage sind es meistens eher eng anliegend am Bein. Und die ist jetzt wirklich mal schön gerade. Ist gerade einmal etwas anderes. Schon lange nicht mehr so eine Hose angekommen. Es ist das gleiche, wie wenn ich ab und zu wieder einmal Schlaghausen kann. Die sind auch eher selten. Aber lassen wir uns einmal überraschen, was alles noch kommt. Die Karustar, die ist 49 Franken. Und das ist jetzt einer von den ersten Schlarben, die ich neu übergekommen habe. Der habe ich jetzt im 39 hier und kostet 39 Franken. Die breite Sohle haben wir ja letztes Jahr schon gehabt. Ja. Und auch das breite Band hätte es zum Teil gehabt. Aber die Elefantchen, die sind heute neu dazu gekommen. So. Gehen wir gleich zur grossen Puppe. Sie hat, ja. Am Abschluss blau im blau. Auch cool. Ich finde das Ganze eine hübsche Kombination. Das Auferteil ist gleich der Größe 48 bis etwa 54. Wie auch die Hose mit dem letztigen Spruch drauf. Ich kann zwar nicht Englisch, aber ich nehme an. Es ist gar nicht wert, wenn du etwas Tohes, was da drauf steht. Ich muss es danach zuerst einmal noch übersetzen. Beides kann man bis zum 54 tragen. Und kostet jeweils 99 Franken. Und wie auch die coolen Snickers. Ja. Also vom blauen her, ich hätte einfach nochmal müssen. Der hätte auch gerne einen anderen Schuh zeigen. Aber der passt jetzt halt wirklich sehr gut da dazu. Der habe ich im 39 und kostet auch 39 Franken. So. Und jetzt noch ein letztes Mal zu unserer kleinen Puppe. Und sie hat nochmal so ein ganz hübsches Blämli T-Shirt da. Ja. Ja. Ganz ein cooles. Aber jetzt machen wir doch ganz zuerst mit dieser prächtigen Handtasche an. Die da. Die kann er nämlich machen, wenn er gerade Lust und Laune hat. Wenn. Oder wie verspielt das ihr gerade sind. Oder wie verspielt das ihr gerade sind. Da kann er wirklich machen, wenn er wäre. Oder was für ein Muster das ihr reinmachen. Oder gar keines. Ja. Ja. Man hat da ganz viele Möglichkeiten. Die wunderschöne Tasche ist 38 Franken. Ja. Das machen wir mit dem prächtigen T-Shirt. Die Materialien sind ja so toll. Ich werde mal schauen, ob ich da gerade ein bisschen heibig finde. Da haben wir. Ja. Kunstig. 95% Viskose und 5% Telestan. Kein Wunder fühlt sich das so toll an. Ja. Das sagt alles. Wie gesagt, das T-Shirt hat etwa bis zum 44. Kostet jeweils 39 Franken. Und jetzt haben wir hier nicht entscheiden können. Wie sollten wir euch entscheiden? Hm. Jetzt mache ich da etwas zurück. So sieht man das nicht. So. Hm. Die blauen oder die pinken? Ja. 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 Jawohl. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das sage ich auch immer. Also. Ja. Da vermutlich schon die pinken, aber auch die blauen täten sehr gut zum T-Shirt passen. Die pinken sehr gut zum Schub. Wie gesagt, die pinken habe ich im 38 genommen und die hellblauen noch im 37. Das war's für diesmal. Ich hoffe es hat euch wieder ganzen Haufen gefallen. Dass ihr mir wieder ganzen Haufen Reservationen durchgehen könnt. Und demnächst könnt ihr es probieren. Ich freue mich riesig auf euren Besuch und vor euch zu hören. Den Kanal könnt ihr auch wirklich abonnieren. Ich habe auch schon ein paar Abonnenten. Ich freue mich über jeden. Über jeden Kommentar. Über jeden Like. Machen wir so. Ich probiere mein Level zu halten. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte sehr gerne. Melden euch. Segen wir das. Entweder auf 078, 759, 58, 46. Dort könnt ihr auch die Reservationen durchgehen. Oder möchtet man einen Termin anfragen. Wenn euch der Donnerstagabend, halb sechs Uhr bis sieben Uhr. Und der Freitagmorgen vom 8 bis halb zwölf Uhr nicht passen täte. Wir finden sichere Lösungen. Und auf meiner Webseite www.gerlindes-mode.li Dort könnt ihr auch jederzeit das Kontaktformular ausfüllen. Und wir eure Terminvorschläge, eure Anliegen sehr gerne mitteilen. Auf der Webseite findet ihr auch immer wieder Neuheiten. Wenn ich irgendwo auf einem Markt bin oder wenn sich einfach irgendetwas ergibt. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss.